Die Einschaltquoten unseres Senders befinden sich im nichtmessbaren Bereich. Die Werbeeinnahmen tendieren gegen Null. Die Liquidität unseres Senders... Ja, aber das kommt mit der Witzigmannschau schon alles wieder in Ordnung. Wir senden krass Alter ab sofort fünfmal die Woche. Herr Sensenbrink. Witzigmann... Witzigmann wird zur Sat.1 wechseln. Die Sendung Karlsalter gibt sich mehr. Sie bleiben im Raum, Ruhe, Mann. Luglich. Manchello. Und Nils. Was erlauben Sie sich? Krass Alter gibt es nicht mehr. Diese Show habe ich entlittert. Ihr seid ein Haufen unzünder Votaner. Wie soll ich denn so einen Sender führen? Bin ihr mich alle sabotiert? Aus. Aus. Kleines Licht. Können wir den Hitler wieder einbauen? Mit dem Hitler können die Leute einfach nicht lange böse sein. Und selbst die, die ihn hassen, kaufen sich sein neues Buch. Einfach um zu lesen, was er jetzt wieder Krasses macht. Das kann man nicht machen. Das ist unhaltbar. Das Buch verkauft sich wie geschnittenes Brot. Die arbeiten schon an der Verfehlung. Imsel. Müssen wir uns beteiligen? Was? Nein, nein, nein. Hallo, Sie von ihm. Gegen Hitler. Natürlich. Aber da war ich ja auch noch nicht Geschäftsführer. Die Einschaltquoten unseres Senders befinden sich im nicht messbaren Bereich. Die Werbeeinnahmen tendieren gegen Null. Ach vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marlsdorf, Karlshorst. Die Liquidität unseres Senders... Ja, aber das kommt mit der Witzig. Man schaut schon alles wieder in Ordnung. Wir senden krass Alter ab sofort fünfmal die Woche. Herr Sensenbrink. Witzig, mein... Witzig, mein Witzes hat eins wechseln. Die Sendung krass Alter gibt sich mehr. Ich bleib mir im Raum, Ruhe, Mann. Luglich, mein Schellow und Nils. Was erlauben Sie sich? Ein Steigerswahlbefehl! Wer schickt Sie? Wie soll ich denn so einen Sender führen? Bin ihr mich alle sabotiert? Aus. Aus. Kleines Licht. Wenn wir den Hitler wieder einbauen? Mit dem Hitler können die Leute einfach nicht lange böse sein. Und selbst die, die ihn hassen, kaufen sich sein neues Buch. Einfach um zu lesen, was er jetzt wieder Krasses macht. Das kann man nicht machen, das ist unhaltbar. Das Buch verkauft sich wie geschnittenes Brot. Die arbeiten schon an der Verfilmung. Wir müssen uns beteiligen. Hallo, sie waren immer gegen Hitler. Natürlich. Oder war ich auch noch nicht Geschäftsführer?